So dahinten scheint dann die Mauer zu enden und hier befinden sich auch neuere Gräber. Also nicht neu, aber Gräber nach 1945. So wen haben wir hier? Theodor Reimann, geboren am 20. April 1889 und gestorben am 29. Mai 1964. Ave Maria. Gleich neben dem Grab von Theodor Reimann befindet sich das Grab einer Emilia, geborene Tesco, verheiratete Reimann-Nova, ja vielleicht sogar die Frau vom Theodor. Die ist geboren 1888 und gestorben 1974 hier in Oststernberg in der Neumark. Das war's für heute. Die sind lernstunden. So ist das. So wird die Frau von der Beine, So ist meine Frau von der Beine. und das war die Frau von der Beine,